Willkommen zu diesem wichtigen Video über eine monumentale Ankündigung, die das Leben vieler in Deutschland maßgeblich beeinflussen wird. Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor kurzem eine große Änderung der gesetzlichen Rentenversicherung oder der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung erklärt, die im August beginnt. Diese Ankündigung markiert einen entscheidenden Moment in der deutschen Sozialversicherungslandschaft und verspricht erhebliche Verbesserungen für das finanzielle Wohlbefinden von Rentnern im ganzen Land. Lassen Sie uns in die Details dieser bahnbrechenden Ankündigung eintauchen. Ab August 2024 werden die Rentenversicherten ihre monatlichen Beiträge auf 3.200 Euro erhöhen. Dies stellt einen deutlichen Auftrieb gegenüber den bisherigen Auszahlungsniveaus dar und ist eine willkommene Erleichterung für viele Rentner, die in den letzten Jahren mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert waren. Die Erhöhung auf 3.200 Euro pro Monat ist nicht nur eine einfache Anpassung, sondern ein transformativer Wandel, der für Millionen von Rentnern in Deutschland weitreichende Folgen haben wird. Diese erhebliche Erhöhung soll mehrere wichtige Probleme angehen, die Rentner betreffen, einschließlich der steigenden Lebenshaltungskosten und der steigenden Gesundheitskosten und die Notwendigkeit für mehr finanzielle Sicherheit im Ruhestand. Um diese Erhöhung in die richtige Perspektive zu setzen, betrachten wir die Auswirkungen auf den durchschnittlichen Rentner. Für viele wird dieser Anstieg der monatlichen Zahlungen den Unterschied zwischen dem Kampf um den Lebensunterhalt und der Möglichkeit, bequem zu leben, ausmachen. Es wird den Rentnern ermöglichen, die wesentlichen Ausgaben wie Unterkunft, Verpflegung und Gesundheitsversorgung mit größerer Leichtigkeit zu decken, gleichzeitig bietet es auch Raum für Freizeitaktivitäten und kleinen Luxus, die die Lebensqualität deutlich verbessern können. Der Zeitpunkt dieser Ankündigung ist besonders bedeutsam. Angesichts der globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und des Inflationsdrucks, die viele Länder betreffen, auch in Deutschland zeigt diese Erhöhung der Rentenzahlungen das Engagement der Regierung, ihre schwächsten Bürger zu schützen. Es zeigt einen proaktiven Ansatz, um die finanziellen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen Rentner konfrontiert sind, bevor sie unüberwindbar werden. Die Ankündigung von Bundeskanzler Scholz ist Teil einer breiteren Initiative, die darauf abzielt, den Lebensstandard für ältere Menschen in Deutschland zu verbessern. Es spiegelt die wachsende Anerkennung der Bedeutung wider, dass diejenigen, die während ihres gesamten Arbeitslebens einen Beitrag zur Gesellschaft geleistet haben, in den Genuss eines würdigen und komfortablen Ruhestands kommen können. Bei diesem Schritt geht es nicht nur um finanzielle Unterstützung, sondern auch darum, die Beiträge älterer Menschen zu schätzen und sicherzustellen, dass sie ihre Unabhängigkeit und Lebensqualität in ihren späteren Jahren beibehalten können. Die gesetzliche Rentenversicherung ist seit langem ein Eckpfeiler des deutschen Sozialversicherungssystems. Es wird auf der Basis von PSU-GO betrieben, wobei die derzeitigen Arbeitnehmer zur Finanzierung der Renten der derzeitigen Rentner beitragen. Dieses System hat Deutschland seit Jahrzehnten gut gedient, aber es hat in den letzten Jahren aufgrund demografischer Verschiebungen mit einer alternden Bevölkerung und einem sinkenden Verhältnis von Arbeitern zu Rentnern Herausforderungen gegenübergestellt. Die Erhöhung der monatlichen Zahlungen auf 3.200 Euro ist ein mutiger Schritt, um diese Herausforderungen zu bewältigen und die Nachhaltigkeit des Rentensystems sicherzustellen. Durch die großzügigere Gewährung von Sozialleistungen will die Regierung das öffentliche Vertrauen in das System erhalten und die weitere Teilnahme der jüngeren Arbeitnehmer fördern. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Erhöhung eine breite Palette von Rentnern begünstigen wird. Ob sie im öffentlichen Dienst, in privaten Unternehmen oder als Selbstständige gearbeitet haben, alle anspruchsberechtigten Rentner werden die erhöhten Zahlungen erhalten. Dieser integrative Ansatz stellt sicher, dass die Leistungen gerecht verteilt werden und diejenigen erreichen, die sie am meisten benötigen, unabhängig von ihrer bisherigen Beschäftigung oder ihrem Einkommensniveau. Die Umsetzung dieser Erhöhung soll im August beginnen, was bedeutet, dass die Rentner im nächsten Monat höhere Beträge auf ihren Bankkonten sehen werden. Diese rasche Umsetzung soll den Rentnern sofortige Hilfe bieten und zeigt das Engagement der Regierung, in dieser kritischen Angelegenheit schnell zu handeln. Um einen reibungslosen Übergang zu den neuen Zahlungsniveaus zu gewährleisten, hat die Regierung eine umfassende Informationskampagne angekündigt. Dies beinhaltet detaillierte Erklärungen, wie die Änderungen umgesetzt werden, Aktualisierungen zu den Zahlungsplänen und Anleitungen für alle notwendigen Unterlagen. Darüber hinaus stehen Unterstützungsdienste zur Verfügung, um Rentnern bei Fragen oder Hilfe bei der Bewältigung der Veränderungen zu helfen. Die Erhöhung der Rentenleistungen dürfte sich positiv auf die gesamte deutsche Wirtschaft auswirken. Indem die Regierung den Rentnern mehr verfügbares Einkommen zur Verfügung stellt, will sie die Konsumausgaben ankurbeln und die Wirtschaftstätigkeit ankurbeln. Diese zusätzliche Kaufkraft in den Händen der Rentner könnte zu einer erhöhten Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen führen, wodurch möglicherweise Arbeitsplätze geschaffen und das Wirtschaftswachstum in verschiedenen Sektoren angekurbelt werden könnten. Darüber hinaus dürften die erhöhten Rentenleistungen die finanzielle Belastung für Familien, die ältere Verwandte unterstützen, verringern. Dies könnte Ressourcen für Menschen im erwerbsfähigen Alter freimachen, um in ihre eigene Zukunft zu investieren, sei es durch Bildung, Ersparnisse oder andere Formen der persönlichen Entwicklung. Die Ankündigung wurde von Interessengruppen und Sozialorganisationen für Rentner mit großer Zustimmung aufgenommen. Viele haben die Regierung dafür gelobt, dass sie entscheidende Maßnahmen ergriffen hat, um den finanziellen Herausforderungen für Rentner zu begegnen. Einige Ökonomen und Politikanalysten haben jedoch Fragen zur langfristigen Nachhaltigkeit solch großzügiger Rentenzahlungen aufgeworfen. Es wird auf die Notwendigkeit einer laufenden Bewertung und mögliche Anpassungen hingewiesen, um sicherzustellen, dass das System für künftige Generationen weiterhin lebensfähig bleibt. Als Reaktion auf diese Bedenken hat die Regierung betont, dass die Erhöhung der Rentenzahlungen Teil einer umfassenden Strategie zur Reform und Stärkung des Systems der sozialen Sicherheit ist. Dazu gehören Maßnahmen zur Förderung längerer Lebenszeiten, zur Förderung privater Renteneinsparungen und zur Erforschung neuer Finanzierungsmodelle, um die langfristige Stabilität des Rentensystems zu gewährleisten. Die erhöhten Zahlungen werden sich auch positiv auf das psychische und emotionale Wohlbefinden der Rentner auswirken. Finanzielle Belastungen können einen großen Einfluss auf die psychische Gesundheit haben, insbesondere bei älteren Erwachsenen. Indem sie einen Teil dieses finanziellen Drucks abbauen, können die höheren Rentenzahlungen zu besseren psychischen Gesundheitszuständen, verringerter Angst und einem größeren Gefühl der Sicherheit bei den Rentnern beitragen. Es ist erwähnenswert, dass diese Änderung zu einer Zeit kommt, in der viele Länder auf der ganzen Welt mit den Herausforderungen alternder Bevölkerungen und belasteten Rentensystemen kämpfen. Deutschlands mutiger Schritt, die Rentenzahlungen erheblich zu erhöhen, könnte als Modell für andere Nationen dienen, die ähnliche Probleme angehen wollen. Es zeigt ein Engagement, das Wohlbefinden älterer Bürger zu priorisieren und den Wert zu erkennen, den sie in die Gesellschaft bringen. Auch die Erhöhung der Rentenleistungen dürfte sich auf den Arbeitsmarkt auswirken. Mit großzügigeren Rentenleistungen können sich einige ältere Arbeitnehmer für eine frühere Pensionierung entscheiden, was möglicherweise Beschäftigungsmöglichkeiten für jüngere Arbeitnehmer eröffnet. Andererseits könnten die verbesserten finanziellen Aussichten für Rentner dazu führen, dass einige länger in der Erwerbsbevölkerung bleiben und ihre Fähigkeiten und Erfahrungen über längere Zeiträume in die Wirtschaft einbringen. Wenn wir in die Zukunft blicken, ist klar, dass sich das Rentensystem weiterentwickeln wird. Die Regierung hat darauf hingewiesen, dass diese Erhöhung Teil eines laufenden Prozesses der Überprüfung und Anpassung ist. Regelmäßige Bewertungen werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Rentenzahlungen angesichts der sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen und demografischen Veränderungen angemessen bleiben. Es ist wichtig zu erkennen, dass diese Erhöhung der Rentenzahlungen zwar ein bedeutender Schritt nach vorn ist, aber nicht das Allheilmittel für alle Herausforderungen, mit denen sich Rentner konfrontiert sehen. Themen wie der Zugang zu medizinischer Versorgung, erschwinglicher Wohnraum und die soziale Inklusion älterer Menschen werden weiterhin Aufmerksamkeit und innovative Lösungen erfordern. Die Regierung hat auch Pläne angekündigt, Programme zur finanziellen Bildung für alle Altersgruppen zu verbessern, mit besonderem Schwerpunkt auf der Rentenplanung. Diese Initiativen zielen darauf ab, Einzelpersonen zu befähigen, fundierte Entscheidungen über ihre finanzielle Zukunft zu treffen und das staatliche Rentensystem mit privaten Ersparnissen und Investitionen zu ergänzen. Da wir diese wichtige Entwicklung im deutschen Sozialversicherungssystem feiern, ist es wichtig, einen kontinuierlichen Dialog über die Bedürfnisse der Rentner und die Herausforderungen zu führen, vor denen sie stehen. Interessengruppen, politische Entscheidungsträger und Bürger müssen weiterhin zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Rentensystem robust bleibt, fair und fähig, den Rentnern für die kommenden Generationen würdevolle Unterstützung zu bieten. Die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz, die Rentenversicherung auf 3.200 Euro monatlich zu erhöhen, ist ein Meilenstein in der deutschen Politik zur Unterstützung der Rentner. Dieser mutige Schritt zeigt ein Engagement für soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Stabilität und das Wohlbefinden älterer Bürger. Mit den Änderungen im August werden sich die finanziellen Verhältnisse von Millionen Rentnern in ganz Deutschland deutlich verbessern. Sie können ihre Rentenzeit mit größerer Sicherheit und Würde genießen. Die Auswirkungen dieser Entscheidung werden weit über einzelne Rentner hinausgehen, potenziell die wirtschaftliche Landschaft verändern und die Arbeitsmarktdynamik beeinflussen und einen neuen Standard dafür setzen, wie Gesellschaften ihre älteren Bevölkerungen unterstützen. Im weiteren Verlauf wird es von wesentlicher Bedeutung sein, die Auswirkungen dieser Politik genau zu überwachen, um ihre Erfolge zu feiern und etwaige Herausforderungen anzugehen. Für die derzeitigen Rentner bringt diese Ankündigung sofortige Erleichterung und eine bessere finanzielle Perspektive. Für diejenigen, die sich der Pensionierung nähern, bietet es die Gewissheit, dass ihre jahrelange harte Arbeit und ihr Beitrag mit einem komfortableren Ruhestand belohnt werden. Und für die jüngeren Generationen unterstreicht es die Bedeutung, ein starkes und anpassungsfähiges Rentensystem aufrechtzuerhalten, das im Alter Sicherheit und Würde bieten kann. Zum Abschluss dieses Videos wollen wir uns die Bedeutung dieser Veränderung und der Werte, die sie repräsentiert, vor Augen führen. Es ist ein Beweis für das Engagement Deutschlands für soziale Solidarität, intergenerationelle Unterstützung und die Überzeugung, dass eine Gesellschaft daran gemessen wird, wie sie ihre schwächsten Mitglieder behandelt. Die Erhöhung der Rentenbeiträge auf 3.200 Euro pro Monat ist nicht nur eine politische Veränderung, sondern ein Statement über die Art von Gesellschaft, die Deutschland sein will eine, die ihre Älteren wertschätzt, die EU unterstützt ihre Bürger während ihres gesamten Lebens und strebt nach wirtschaftlicher Gerechtigkeit und Sicherheit für alle.